Für die Auffassung, bitte schön. Danke schön. Okay. Lasten mal wieder. Komm mal hin. Komm an, girls. Komm schon, ey. Good girls. Good girls. Okay, alle haben das. Das ist Türi, Naomi, Elsa. Jetzt kommt's Cloud. E.T. Cleo. Goldie. Tara. Alba. Einja. Stella. Wie viel mehr kommt mein Geist? Good girls. Good girls. Bra. Weg. 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 Start. Start. Weiß. Start. Good girl. Bra. Set. 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 Wir haben zwei Vorstellungen heute, wir machen das ganz einfach. Eingepreist, Eingepreist. Gut, ja. Ganz wichtig, meine Damen und Herren, Kinder, es ist genau so, zumindest schon. Es ist sehr gesund, was wir machen für die Tiere jetzt. Gesund, warum? Gesund, gesund, weiter bewegt. Einfach nicht bewegt. Aber, gesund bei dem Kopf aufarbeiten. Wir müssen denken, wer weiß, wann der Sitzplatz ist. Ich sprich mit meinen Tieren. Ich sprich mit meinen Tieren. Es stehen ungefähr 30 Kommandons. Das heißt, ich bin immer dabei und ich sprich mit den Tieren. Es ist nicht nur körperlich gesund, es ist auch mental gesund. Es gibt keine Menschenstörung hier. Es ist alles ganz fit. So, wir machen ganz schnell, wir machen unsere Sitzel. Okay. Ladies. So, wir kommen bald. Allein. Gut, girls. Ganz brav. Allein. Du siehst, Lux. Hopp. Gut, girls. Gut, girls brav. Ganz brav. Sechs. Graun. viel glute. Gut, girls. Gut, girls brav. Traa, raa, raa. Alla. Allein. Allein. Sie können sehen, diese Ziehsteiger hier. Siehst du das? Lass zu den Anfang mit Lernen. Da haben wir einen Ziehsteiger und da machen beide Fuß drauf, ihr, und langsam, langsam zieht ihr weg. Aber immer noch haben Ziehsteiger. Warum? Weil nicht alle es so gut besitzen, aber einfach lassen das da und es ist einfach für die Ziehe. Alle Ziehe haben ein Talent und dafür wir versuchen, ein Talent zu finden. Und dafür, diese Talent haben wir nicht so gut, wir machen keine Ziehsteiger, aber wir machen etwas anderes. Das ist kein Problem. Tut mir eine Hitte, Goldie, Heinjaght, Heinjaght. Heinjaght, Silvie, Silvie, Iongie, Elza, komm! Tester, komm! Gut hier, brav, ganz brav. Tester, sieht, sieht aus dem Heinjaght. Hinejaght ist jetzt sieht. Brute, duweiß muss machen jetzt sieht, sieht, Simbaht, gut hier. Gut hier, komm! Gut hier, komm! Und hier, ich mach so. Warum ich habe das da? Es ist einfach so, dass ich hinter der Seite weit wo ich sitze. Nur das. Hier, Ruti Set, Ruti Set, Ruti Set, Jürgen. Klär, komm ich auch, oder? Nur, spielen. Ja, genau. Okay. Mein Signalstock ist ein bisschen zu kurz. Ich habe eine längere, weil so ich habe gedacht, wenn ich gesagt sitze, kalt, hallo, hallo. Hallo, komm ich an. Wie ist der Kampfer? Hallo. Hallo. Gut. Ganz, ganz wichtig ist meine Stimme. Jeder Näher in der Schule kennt das. Und die Spritze der Kinder sagt, komm hier, hallo, hallo, komm ich an. Geh, dann ist weg von meiner Stimme. Nicht bei Schweinen ist jetzt hier, aber total jetzt. Mal jetzt. Cleo. 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 Auf der Ebene. Älster. Älster. Würgen wir. Einfach bei der besten Stimme. Ganz, ganz wichtig für einen Tierlehrer. Und ich glaube, die Stimme ist auch ganz wichtig sowieso für einen Lehrer in der Schule. Okay. Wir probieren das alles jetzt. Ja. Der ist verbirrt. Ja. In englisch. Mein Schuss. Aber okay. Wenn wir immer das englische Fleisch haben, dann weiß ich genau, was wir machen. Dann weiß ich nicht genau. Aber dann müssen wir gleich da. Sie sind auch schon schwer in den Fleisch. Cleo. 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 No. Im kleinen Bereich. Dann kann das nicht sein. Dann verarschen mich eigentlich. Hoche. Hoche. Ho. Ho. Kommt mal an, wie man schlimmer hat geändert. Hopp! Jetzt ist Slice, jetzt ist Arbeit. Hochschede! 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 Rüß! Blau! Gonst! Blau! Blau! Zahra! Alba! Hochschede! Zahra! Hochschede! Eier! Zühre! Zühre! Hochschede! 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 All right places! Also der Kommando, dass der Allergänster Platz ist All right! Das steht da. All right! Okay, so! Wir gehen zu der Frage jetzt. Wie kann der Löwen springen da oben? Ich erzähle das ganz kurz. Ich gehe auf den Traum zu Nummer 1. Der Traum ist einfach auf drei Wege. 50 Slides, 50 Kult und Belohnung. Das ist meine Belohnung. Und natürlich, ich mache das viele Slides. Es geht nicht nur einen Tag. So lange da oben. Okay, so! Wir haben vier, eins, zwei. Nummer drei, drei. Alle Kassen haben. Eins, zwei, drei. Fertig. Wenn ich sehe, das Talent für die Tiere, welche Tiere haben das gerne zu machen, dann, ich einfach, so sehen wir die Tiere. Momentan, ich bin einfach diese ganze Gröne her. Eins, zwei, drei, zehn, sechs. Wer kann das? Hier kann er auch. Eins, zwei, drei, vier. Hier kann er das auch. Aber, der ist noch nicht bereit für das hier. Zwei. Ich sage es mir jetzt nicht. Aber, so! Und langsam, langsam, so! Und langsam, langsam, Und langsam, die Minderkontrolle, runter, runter, runter... und er sollte es schnell machen. Das heißt, wenn er kurz wird, geht es schnell. Und langsam, langsam, bis es ist gerade. Es ist nicht so einfach, wie ich habe das gesagt. Das geht auch mit vielen Lehrern zu sehen, die haben das gern. Cleo, der kann das, aber der will das nicht bei dem Charakter von Cleo, ist nicht schnell Bewegung. Und wir brauchen das für eine schnellere Bewegung. Und dafür kann er das nicht. Er all erkannt das. Alles, was er macht, nicht vergessen, ist natürliche Bewegung. Er ist nichts anderes, was er macht, was er kann nicht machen, ist ausgehegert, er ist immer still so. Auch der Sitze, der spielt den aufgehegert. Der springer hoch. Natürlich, der springer nicht nur ein paar bis so, aber er hat viele Bewegungen, alle natürliche Bewegungen. Die Seiten gleich. Aber du hast ja bestanden, viel Zeit für Belohnung. Und das geht runter, runter, runter. Und es dauert für ein paar Löwen ein paar Monate, für ein paar Jahre. Immer, immer passt, wie ein Löwen kann das. Okay. Sit. 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 Und wir machen zwei Sachen jetzt. Hör auf. Place. Place this. Good girl. Place. Place, 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 place. Hopp. Place this. Wir machen zwei Sachen. Wir machen auf. Ich sage, die will nicht springen in der Mitte, von der Mensch. und jetzt noch alleine Fuß mit mir. Und hier. 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 Ich mach das klar. Ja, normalerweise, wir haben den Vorschlag, wir machen auch einen Kurs gesprungen in der Mitte. Raise this! Dankeschön! Nein, der ist ganz intelligent. Ich sag's dir mal darum, der weiß genau, dass wir jetzt diese beiden normalerweise kommen hier in den Vorschlag und er wird springen. Und er weiß genau, wo die Seite das und da fiel er einfach, wo du bereit hast, aber du bist zu schnell. Aber das zeigt, wie intelligent das hier ist. Okay, so. Ich mach das Ganze klein jetzt, weil es in anderen Posture sind. Wir machen noch eine Posture. Ganz, ganz wichtig ist, was interessant ist, jeder, das hat eine Katze oder eine Hunde zu Hause, egal welches Ziel das ist, ist alles selber natürlich. Aber manchmal hat das kleine Katze jetzt auch gefällt, ja. Aber es ist alles dasselbe. Es ist alles dasselbe. Immer Kinder finden, was da haben, gerne zu machen. Wir machen das einfach nicht so, ich hab gesagt, weil, das ist ein bisschen neu, wir haben einen anderen Posture. Das ist jetzt, 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 jetzt. Ja, okay. So. Tara, ja. Aber, ja. Hier. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Na, 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 na. Keine Fails. Keine Fails. Girls. Slathergyls. Das ist richtig super Ziele. Normalerweise da haben ein ganz Cultural Posture, aber da weissen genau, was da macht. He, Girls. Okay, jetzt, wir probieren. Go Win! Go Win! Easy, let's go! Hör meine Stimme! Anja! 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 An Brav! Hop! Anja, 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 Anja. Ok, dann so. Komm mal jetzt, komm mal jetzt, und dann mal schön. Anja, 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 Hop! Ja! Brav! 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 Untertitelung des ZDF, 2020